Sachen, die darf man machen. ... diese Arbeiter abzuholen. Ich werde dir sagen, warum sie es nicht schafft. Deswegen, erstens, weil die Linke Politik und dazu rechnen die Leute da draußen leider SPD und Grüne dazu, ja, weil es für mich absolut keine linke Politik ist. Und die sagen dann, ist das für dich linke Politik? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Als SPD und Grüne? Ja. Siehst du wahrscheinlich auch nicht als links, oder? Also Mitte links halt, oder Rad links. Okay, ich sehe sie eher als rechts, Mitte rechts, kein Problem. Ja, ein bisschen übertrieben, aber okay. 4% Real und Verlust 2022. Also, ich würde sagen, den Kapitalisten mehr Geld geben und den normalen Arbeitern Geld wegnehmen, unterm Strich. Wie viel rechter geht es denn? Also, wenn du rechts und links jetzt wirklich so klassisch definierst, wie es eigentlich definiert ist. Ja. Vielleicht stehe ich weiter links, ist ja wurscht. Der Punkt ist, ich glaube, dass sie die deswegen verloren haben, diese Menschen, weil sie nicht mehr sagen, weil sie sich nicht mehr um diese Menschen kümmern. Und jetzt kann eine AfD herkommen, wirklich ausgerechnet die AfD von allen Parteien, denen der kleine Mann vollkommen scheißegal ist, und die AfD gibt keine Fick auf den kleinen Mann, und die kommt her und sagt, na, Deutschland zuerst. Ja. Und was verstehen die Leute darunter? Die Leute, also der normale Mann versteht darunter, diesmal kommen zuerst wir dran. Ja. Und sie sagen, siehst du, die AfD setzt sich eigentlich für uns ein. Weil sie sagt, Deutschland zuerst, wir sind... Das ist meine Rechts-Links-Definition. Ich hatte es vorhin schon gesagt, rechts mehr Hierarchie, links mehr Gleichheit. Das ist eigentlich die allgemein anerkannte Definition. Deutschland, damit meinen sie uns, und deswegen wählen sie die AfD und sagen, all diese anderen Parteien sind nicht auf unserer Seite. Und da habe ich damals gesagt, weil da ging es darum, da habe ich damals gesagt, es ist ein Wahnsinn und eine Frechheit, dass die AfD so leicht davon kommt und dass man der AfD es so leicht ermöglicht, dass sie da draußen Menschen einfängt, mit einem Spruch wie Deutschland zuerst. Und ich habe mir gedacht, eine linke Partei müsste doch klar sagen, Deutschland zuerst. Aber sie müsste es natürlich anders meinen als die AfD. Sie dürfte es nicht so meinen... Ja, alle in Deutschland halt. Und nicht nur eine kleine Minderheit von weniger als einem Prozent der Bevölkerung. Also so müsste es eine linke Partei da meinen. Wir scheißen auf alle draußen. Deutschland zuerst gilt nur für die arischen Deutschen oder irgendwas. Sondern es geht um die gesamte Bevölkerung, um alle Arbeiter, um alle. Alle, alle, alle. Komplette Inklusion. Und wenn die Linke das machen würde, dann hätte die AfD keine Chance. Nein. Und das beweisen auch Umfragen, weil Sarah Wagenknecht macht genau das. Und es wird gesagt, dass sie die AfD halbieren würde und würde sie auch. Und ich glaube, das ist einfach wirklich ein guter Hinweis, darauf muss man schauen. Also dass sie irgendwie eine eigene Partei gründet oder so. Also erst mal, dass sie ja die AfD halbieren würde, heißt ja einfach nur, dass sie von super vielen AfD-Wählern unterstützt wird. Aber garantiert nicht wegen der linken Politik. Weil die Frage ist ja, warum? Was haben denn die AfD-Wähler von der Sarah Wagenknecht? Naja, dass sich zuerst um sie gekümmert wird. Sehr viele AfD-Wähler wählen die AfD nicht einfach. Wie kommst du drauf? Das ist leider schon immer so gewesen in der Geschichte. Es gibt nun mal einen gewissen Anteil der Bevölkerung. Und die findest du nun mal auch in deinem Chat. Die glauben halt einfach an Verschwörungstheorien. Das heißt, die Gründe... Da haben wir unser neuestes Dara-Tisch. Hier im Chat schreibt gerade einer Dara. Das ist so los, absolut. Das ist eigentlich die Erklärung für alles. Wir können uns wundern, dass das erst nach einer halben Stunde kommt. Und ich muss ihm... Ehrlich gesagt, ich hab ihn ja schon lange geguckt. Und ich muss ihm den einen Punkt geben, dass Rechte schon sehr darauf fokussiert sind, immer von Natur zu reden und sowas. Ja, damit hat... Von der natürlichen Ordnung. Und damit hat er, finde ich, auch einen Punkt. Das machen Liberale auch. Also wenn du irgendwas als gut und als richtig bezeichnen willst, dann sagst du halt, das ist natürlich, das entspricht der menschlichen Natur. Der Markt entspricht der menschlichen Natur. Der Kapitalismus entspricht der menschlichen Natur. Also das machen ja Liberale sehr häufig. Oder Libertäre. Oder der Staat ist gegen die menschliche Natur. Aber Einkommen, Markt, verhandelt das mit der menschlichen Natur. Das ist ein riesengroßer Schwachsinn. Der Kapitalismus ist ein System, das haben wir erst seit 200 Jahren. Wir hatten immer einen Staat, weil Kapitalismus ohne Staat gar nicht möglich ist. Und das hat wenig mit der menschlichen Natur zu tun. Das hat etwas mit sozioökonomischen Entwicklungen zu tun. Wir hatten vorher ja tausende völlig andere ökonomische Systeme als den Kapitalismus. Und bei jedem dieser Systeme zu sagen, das entspräche jetzt der menschlichen Natur, das ist so dumm. Das liegt auch daran, dass wir heute keine Religion mehr haben, auf der man es begründen kann. Also im Mittelalter, da hat man noch gesagt, die Ständeordnung ist Gott gewollt. Also das ist genau so. Also wenn ihr das hört, dieses oder jenes entspricht der menschlichen Natur und euch dann nicht zig Studien vorgelegt werden, wo das mal tatsächlich begründet wird, sondern das einfach begründet wird, ist das einfach Propagandasprech. Denen nicht nur Rechte einsetzen, sondern wie gesagt auch sehr häufig Liberale. Warum irgendwie was falsch läuft in der Gesellschaft? Ja, aber guck mal jetzt. Liegt da. Guck mal jetzt. Er erklärt Sturmhaube in einem langen Text irgendwas mit 300, geschätzten 300 Milliarden gehen für Goldstücke, also für die Migranten drauf. Ideologieprojekt steuern, bla bla bla. So, dann frage ich ihn die Quelle und dann sagt er ja Schätzungen, sind Schätzungen. Ja, toll. Woher sind diese Schätzungen? So, also, und dann fragt man sich, warum nimmt die Rechten wohl keiner ernst? Ja, warum wohl? Wenn man sich irgendwelche Sachen zusammenfantasiert oder irgendwas schätzt, was man in die eigene Ideologie passt, dass man dann gegen die Leute hetzen kann, ja, sorry. Warum nimmt die AfD wohl keiner ernst? Keine Ahnung. Warum nimmt die Ruhig und Haarbe keiner ernst? Geh doch einfach nicht auf Chatnachrichten ein. Also ist doch alles gut. Er sagt ja selber, taucht in keiner Statistik auf. Ja, aber woher habt ihr dann diese Sachen plötzlich, diese Zahlen? Es ist halt, nee, aber man muss ja auch mal gegen diese Desinformation vorgehen. Das ist jetzt einfach totaler Nonsens. Man kann ja nicht einfach sich hinstellen und irgendwas behaupten, was halt, so, du musst doch auch irgendwas nachweisen können. Das ist ja, guck mal, jetzt kommen Leute hier rein und lesen das und denken, das stimmt wirklich. Und genau so funktioniert das jedes Mal bei den Rechten. Sie behaupten einfach irgendwas und ohne irgendwie Quellen, ohne Nachweise zu sehen. Also das mit den 300 Milliarden, das stimmt halt einfach so. Das kann nicht sein. Also das kann gar nicht sein. Ja, das kann auch nicht sein. Der gesamte Sozialhaushalt außerhalb der Rente, wie viel ist das? Lass mich lügen, 15, 60 Milliarden, irgendwas um den Dreh, werden das sein. Also dann noch das Entwicklungsministerium, wenn du das noch oben drauf rechnest, also das wird ja bei diesem Milchmädchen Rechnung gemacht. Also alles, was irgendwie ins Ausland geht, das zählen wir jetzt mal unter Flüchtlingsausgaben oder was weiß ich. Also du kommst dann immer noch auf weniger als 100 Milliarden. Also selbst wenn du, also wie gesagt, nur jetzt, wenn du Budget des Arbeitsministeriums außer Rente, also da gibt es ja so einen Rentenzuschuss und Budget des Entwicklungsministeriums zusammen nimmst, dann kommst du auf viel, viel weniger. Also ja. Also es kann sich ja jeder den Bundeshaushalt auch ansehen. Meine Güte, wenn euch auf YouTube irgendwas erzählt wird, dann guckt doch einfach mal, wie die Posten im Bundeshaushalt verteilt sind. Die sind da aufgeführt. Das ist ja kein Geheimnis. Leute haben halt keine Ahnung. Jetzt fängt er an, mich zu beleidigen. Ja, dann frag dich mal, warum solche Zahlenstatistiken nie erstellt werden. Du Butterbörne. Wie in Dänemark. Weil man das nicht will, weil es politische Agenda ist, hier die halbe Welt reinzulassen. Oh ja, sie wollen uns alle übernehmen, die Ausländer kommen und uns übernehmen. Ganz ruhig. Also er sabert doch mal, was dir für, aber man muss sich doch mal wirklich überlegen, was das für ein paranoides Gewäsch ist, was diese Leute also von sich geben. Die haben nichts. Und jetzt, und wenn man sie darauf anspricht, hier, wo hast du denn das her? Dann werden sie beleidigen und sagen, ja, guck mal nach Dänemark. Dann frage ich, ja, wo habt ihr das für Deutschland? Nee, haben wir nicht, weil das ist alles eine große Verschwörung. Die wollen das halt nur nicht. So, das ist genau dieses Verschwörungsgelaber, was Dara immer wieder auftut. Und deswegen nimmt sie auch keine, also deswegen nehmt euch keine Sauber-Euchrechten-Ernst. Weil ihr scheiße labert, ohne es belegen zu können. Und dann wundert ihr euch, warum Leute wie Dara nicht mit euch reden wollen. Weil ihr einfach nur scheiße labert. Es tut mir nicht, aber sie reden einfach scheiße. Also, wie gesagt, mit wem die Walkisten reden, das würde jetzt nicht. Nein, aber es ist halt, aber das kann doch niemand, also jetzt, guck mal, selbst als ich jemand, der irgendwo die Migration ja auch kritisiert, in gewisser Weise. Aber sowas kannst du doch nicht ernst nehmen. Du kannst doch nicht ernsthaft glauben, die kommen hier und wollen das Land übernehmen und planen hier alles zu übernehmen. Also, tut mir leid, dann, also, das ist genau dieses rassistische Gelaber, was damals schon in den USA, was die USA jedes Mal über die Hispanic sagen, ja, was Trump sagt, ja, komm, guck mal, die ganzen Mexikaner, die kommen jetzt hier, die wollen hier alles übernehmen, die wollen sich ein, das ist genau dasselbe Gelaber, was diese Leute hier von den Moslems sagen. Es ist genau eins zu eins dasselbe. Da musst du dich nur mal mit der Geschichte beschäftigen, musst du dich nicht mit etwas Rassisten schon die ganze Zeit über, in all den Jahren gesagt haben. Es ist immer dieselbe Agitation. Es ist immer, ja, die wollen hier alles übernehmen und die werden jetzt hier unsere, weiß ich nicht, die wollen unsere Frauen und sie wollen alles. Sorry, es ist genau dasselbe und jetzt höre ich auf damit. Nochmal ein Wort. Aber es nervt. Also, warum du dich auch schwierig erheben kannst, selbst wenn du die erheben würdest, wäre das immer eine Milchmädchenrechnung. Also, wenn du jetzt weniger Ausländer in Deutschland hättest, hättest du ja nicht weniger Arbeitslosigkeit. Also, es gibt nur eine bestimmte Zahl an Arbeitsplätzen und wenn man jetzt Menschen abschiebt und das Geld, was man für diese Menschen ausgibt, plötzlich nicht mehr ausgibt, ja, dann hat man ja immer noch die gleiche Arbeitslosigkeit. Dann hätte man halt mehr deutsche Arbeitslose, für die die gleichen Ausgaben anfallen würden. Also, nur weil du einen höheren Anteil jetzt an Ausländern mit einem Arbeitslosengeld hast, heißt das ja nicht, dass du ohne die Ausländer diese Kosten nicht hättest. Also, wir haben in Deutschland eine riesige Unterbeschäftigung. Wir haben in Deutschland ein riesiges Problem mit Unterauslastung. Also, diese Lüge vom Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel, die uns immer erzählt wird, die stimmt ja nicht. Das kannst du ja in den offiziellen Zahlen ziemlich leicht ablesen. Wir haben, ich glaube, weniger als 800.000 offene Stellen und laut offiziellen, schön gerechneten Zahlen über 200 Millionen Arbeitslose. Anfang der 70er Jahre, als wir eine Vollbeschäftigung hatten, da hatten wir eine Million offene Stellen und 100.000 Arbeitslose. Also, damals hatten wir noch zehnmal so viele offene Stellen wie Arbeitslose, heute ist es umgedreht. Heute haben wir dreimal so viele Arbeitslose wie offene Stellen. Also, alleine daran sieht man, man müsste erstmal eine Politik der Vollbeschäftigung machen und dann könnte man eine ehrliche Rechnung aufmachen, okay, wie sind jetzt die ökonomischen Kosten der Migration? Ich würde sagen, dann würden sie wahrscheinlich auch sehr viel geringer ausfallen, weil dann die Beschäftigung unter Ausländern auch sehr, sehr viel höher wäre. Also, erstmal eine vernünftige Wirtschaftspolitik machen und dann kann man solche Debatten auch ehrlich führen. Also, das wäre jetzt meine Position. Na, guck mal. Das wäre jetzt meine Position. Das wäre jetzt meine Position.